So, hi Leute! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pumpkin Simulator 2. In der letzten Folge haben wir ja unsere Waschanlage hier endlich gebaut und verdienen doch endlich mal ein bisschen Geld. So. Guten Tag, bin schon da. Okay. Hallo. So. Okay. Wir haben unsere ersten 1000 Euro wieder. Hallo. Guten Tag. Okay. Wir haben noch den Kekshop. Oh. Was kostet das? Ja komm. Wir haben schon 30 Euro, das passt. Äh, Tankstelle? Oh ja. Guten Tag. Okay. 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 Wir haben noch ein paar Upgrades. Das machen wir auf jeden Fall auch nur alles. Ja, das ist ein Spiel. Aber erstmal müssen wir wirklich wie gesagt mal ein bisschen... Ich brauche hier viel ganz dringend Mitarbeiter. Was steht hier sieht так. Okay. Oh na, oh na. Yeah. Okay. ja hier wird noch nicht getan so Ich helf dir mal ganz kurz. So, ab zurück in den Laden. Guten Tag. Hello. Okay. So. Erst müssen wir jetzt waschen hier. So. Kommen wir schon, kommen wir schon. Okay. Okay. Auch gut. Wie sieht es eigentlich mit dem Kredit aus? Das machen wir aber anders. Hallo. Okay. 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 Das krieg ich wohl eben schnell gewaschen. Hallo. 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 Kommt die Musik her. Okay. Okay. Ähm. Jetzt wollen wir jetzt die Musik. Jetzt ist erstmal der Laden dran. Okay. Und langsam wirks doch. Ja. Es wird Zeit. Zeit. So. Kostet. Dafür haben wir noch nicht genug Geld. Für 300 werde ich den jetzt nochmal auffüllen. Ich will das Auto nicht kaputt hauen. Ich will das waschen. Okay. So. 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 Kostet der hier wartet auch schon darauf was zu tanken können kommen wir schon kommen ja schon das geld lasse ich mir natürlich ok viel sprit haben wir 88 prozent Ja, es ist sehr kalt, ich weiß. Ja, es ist sehr kalt, ich weiß. Ich finde das ein bisschen unrealistisch, dass man wirklich stets einem die Augen zufallen, wenn es man gerade erst 19 oder 18 Uhr ist. Aber gut, egal. Man kann die Kasse sogar upgraden. Hast du denn hier Google Pay und sowas? Ja, wir gehen ja gleich nach Hause. Dann werden wir auch gleich mal, bevor wir dann zur Arbeit gehen, werden wir dann mal schmiedig viel für unsere Mutter holen und vielleicht auch mal ein Geschenk für unsere Frau. Kommst du nicht rein, Schiss? Ähm. Ihr läuft einfach durch die geschlossene Tür. Ich dachte, ich kann dir die Tür vor der Nase hauen. Bonjour. Bonjour. Okay. Wer jault denn da so? So, wir fahren jetzt mal nach Hause. Heim. Ach so, das ist aber so, weil es nacht ist, darum hört sich das so an. Kriegt ja nichts zu machen, bitte. Verlässst uns unsere Frau eigentlich irgendwann, wenn wir mit der nichts machen. Mich mal interessieren. So, dann würde ich sagen, jetzt erst mal Medizin und Geschenk. Dafür muss jetzt mal Geld da sein. Wir können auch mal zum Lager gehen und gucken, ob was wir da drin liegen haben. So. 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 So, was haben wir eigentlich sonst noch so schönes. Okay, einen Kaffee. Komm. Kaffee am Morgen muss auch mal sein. So. Komm, wir fahren mal zum Lager. Was lagert denn da? Guten Tag. Also wir sind vorlaut. Ich kaufe deine Produkte. Ist das ein Laser? Ich gehe mal lieber. Ich glaube, es wird hinterher, was? Bodenschwelle, Bürobett, Bodenschwelle, eine Maus und ein Hocker. Es ist alles Müll. Komm, lass uns um die Wette laufen. Ja, eine Abfalltankstelle. Oh. So, sie möchten gerne mal zwei Schachteln zu retten. Gibt's nicht. Halt. Ich werde jetzt einmal die Tankstelle ganz voll machen. Ich würde sagen, als nächstes, werden wir nochmal versuchen, die für Geld zu kriegen. Achso, halt. Dann. Äh. Ich hänge fest. Also, der nächste, den wir auf jeden Fall eingestellt werden, ist so ein Typ für die zum Waschen. Guten Morgen. Okay. Ach, der Laden ist leer. Okay. Hatten wir einmal Motoröl. Wir retten liefen ja ganz gut. Ketchup. Nehmen wir mal das hier nochmal dazu. Chicken, ja. Und Nesquik. So. So. Ich helfe mal ganz kurz hier hinten mit. So. Warten wir mal, was die ganzen Produkte hier eintreffen. Sprit dürfen wir auf jeden Fall erstmal genug haben, Jax. Beschweren sich auch tatsächlich so häufig gar nicht mehr. Ja, reparieren. Komm. Ja, dekoriert. Wir haben kein Geld. Wir haben kein Geld, Leute. Mit welchem Geld? Ja, wenn ihr mir das Geld schenkt, dann mach ich's gerne. Guten Tag. Ja, es gibt nichts zum Kaufen. Tut mir leid. Habe ich dir das mal so sacht, ne? Okay. Guten Morgen. Oh Gott, oh Gott. Okay. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Motoröl, was sie sich kaufen können. So. Erst sagen sie, es ist sehr heiß. Es ist sehr kalt hier. Und jetzt sagen sie, es ist sehr heiß hier. Ja, es gibt manchmal noch so ein Spielfehler, wo du gar nicht siehst, was dreckig ist. Oh, woher jetzt hat man's noch gesehen. Gitti, gitti, gitt. Aller soll's halt aus und nicht anscheißen. Das ist keine Toilette. Oh. Muss ich das echt neu kaufen? Nee, ne? Doch, tatsächlich. So. So Das Geld läuft an sich ganz gut hier Kekshop und noch das Sind aber 132, bitte Und noch das hier So Ah Ich hab keinen Schlauch Hm Okay Okay Wo ist mein Schlauch? Da kommt mein Schlauch Wo ist die Frau da? Hä 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 Nein Oh Jetzt können wieder neue Autos kommen So 42 Dollar Wendet das wieder? Bam Ist doch leicht verdientes Geld sowas Sprit Boah locker alter So Leute ich will sagen das war's dann wieder für diese Folge Ich hab' mir gedacht bedanke ich mich für's zusch- Schauen Die Tod Ähm Ich geh' mal lieber Das ist mir ein bisschen gut Finde ich mir so gruselig Ich hab' mir gesagt bedanke ich mich für's zuschauen Lasst ein Abo und ein Like damit es euch gefallen hat Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder Okay den kassieren wir eben noch Oho Okay Hey Oho Ich geh' mal Tschüss wikowski